Wenn am Sonntag die zehn Erzie-Star-Finalisten beim Stadtfest Aue ab 14.30 Uhr auf der Bühne im Stadtgarten ihren zweiten Live-Auftritt haben, ist auch dieses Talent mit dabei. Ich bin der Norman Jäger, bin 20 Jahre alt und komme aus Schaldenberg. Ich mache zurzeit eine Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker. Beim ersten Auftritt bekam Norman Jäger zwei Sterne. Warum er bei Erzie-Star dabei ist, verrät er uns jetzt. Ich mache bei Erzie-Star mit, weil ich schon seit vielen Jahren Musik mache, das sehr liebe und ich möchte die Gelegenheit nutzen, auch mal auf ein paar größeren Bühnen der Region zu stehen. Das kann er am 19. Juli beim Stadtfest in Aue. Die nächste Veranstaltung ist am 2. August auf Schloss Wildeck in Schopau. Über seine musikalischen Vorlieben sagt er. Mein Lieblingsshow ist eigentlich Rock, also so die handgemachte Richtung, wie Bruce Springsteen, Rolling Stones oder alles so in dieser Richtung. Mehr über die Castingshow und die zehn Finalisten unter www.erzie-star.de Musik Vielen Dank.